ja hallo freunde und mal wieder als video ich hatte meine haut völlig geschrottet mit so mit so einer paffel mit einer gesichtscreme kann sowas auf dem markt sein ich kann es nicht fassen aber langsam dank für die guten tipps wird es wieder besser ja heute mal ein video vielleicht trägt das ein oder anderen ja vier oder fünf glaube ich sogar fünf bedürfnisse die befriedigt werden wenn du in toxischen beziehungen bist das ist jetzt auch jetzt nicht ironisch gemeint oder so dass das wirklich todernst weil man muss ja ein bisschen fragen mein gott warum warum machen wir das eigentlich warum bleiben wir da drin warum wird das immer wieder gesucht warum gibt es diese unendlichen mails über dreiecksbeziehungen und man muss ja schon mal überlegen ja was 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 für bedürfnisse werden da eigentlich erfüllt dass man das immer wieder macht weil das muss ja irgendeinen grund muss ergeben sage ich mal ich weiß auch noch mal darauf hin für die die vielleicht neu bei uns sind dass es gibt ja diesen wenn ich für meinen newsletter anmelde ist auch liebe schiffung der jetzt ein 10 euro gutschein für meine kurse und wir haben ja auch diese kostenlosen persönlichkeits test machen kann und auch so ein kostenloses start angebot schaue mal vorbei auf lewesche punkt de wenn du dann schiff da oben umprogrammieren willst ja was gibt es für gründe also der erste grund ist also ist meiner ansicht nach definitiv auch ein menschliches bedürfnis ja es gibt ja unterschiedliche arten und bedürfnis zu klassifizieren werden natürlich steffi stahl auf dem kanal mit ihrem buch mit den vier menschlichen bedürfnissen aber es gibt auch andere ich finde das auch von tony robbins ganz gut der zum beispiel die abwechslung mit drin und ich finde das ist ich finde schon das ist auch kann man sicherlich wie gesagt man kann das irgendwie mal anders irgendwelche töpfe reinpacken aber ich finde abwechslung ist ein menschliches bedürfnis also das es ist einfach wir sind einfach nicht dafür gepolt immer das gleiche zu machen weil das stimuliert uns dann nicht mehr vor allem wenn dann vielleicht dann frontalhirn vielleicht noch weil du vielleicht in irgendwelche ads richtungen gehst oder ich weiß nicht was auch nicht so richtig sowieso schon nicht so richtig innerviert wird ja es ist einfach so wenn wir immer den gleichen reiz kriegen das ist schon so auf reizebene ist das schon so und auf so einer neurophysiologischen ebene dass neuer reiz was weiß ich da fliegt ein vogel fliegt in dein sichfeld rein dann wird halt erst gefeuert und wenn der vogel immer weiter fliegt dann wird immer weniger gefeuert also es ist einfach weniger los im gehirn wenn es keine abwechslung gibt das irgendwie unangenehm ne also vielleicht wenn man leuchtet das hat man das problem vielleicht nicht weiß ich nicht aber für uns normalos ist eben auch abwechslung dürfen es und wie gesagt ist natürlich ist jetzt nicht ironisch gemeint aber natürlich ist es trotzdem kritisch gemeint ja toxische beziehungen bieten viel abwechslung auf eine ja wenn man auf diese drogenabwechslung steht sag ich mal oder die haben will aber sie bieten abwechslung weil es was nie was kommt beständig überrascht das ist natürlich auch ein großes leiden da dran irgendwie das ist also ich glaube es ist echt richtig wichtig das video sich das mal klar zu machen aber trotzdem ist es eine abwechslung du weißt wie gesagt du weißt nie was kommen wann meldet er sich wann meldet er sich nicht jeden tag ist ein neues drama und ja das bietet abwechslung ist es eben nicht wie eine stabile ruhige beziehung so auch wenn man sich immer wieder sagt man wünscht sich das doch die stabile ruhige beziehung aber warum hat man sie dann nicht also da muss man aber dazu kommen wir später noch mal dann zweite bedürfnis was befriedigt wird ist das bedürfnis was besonderes zu sein ist natürlich irgendwo ein ego bedürfnis aber ja wir haben natürlich immer alle ein ego das hat auch seine bedürfnisse und wir wollen ja alle nicht normal sein sondern was besonderes sein was hat das jetzt zu tun mit etwas besonderem das spürt sich natürlich nur häufig im kopf ab desjenigen der in dieser toxischen beziehung ist also weil leute von außen findest du überhaupt nicht besonders aber ja man selber findest besonders weil man so einer fantasie lebt da kommen wir in diesen bereich von diesen retter fantasien sind fantasien man wäre in einer seelenverwandtschaft die seelen ich kann das dieses gefühl dass sie haben eine ganz besondere beziehung ich sage auch mal gerne keine beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche und man hatte wirklich das gefühl so wir haben uns jetzt wir haben uns gefunden dass was ganz besonderes und wir müssen uns aus diesem dreieck viereck fünfeck sechseck raus kämpfen ich muss dich retten aus dem puff in dem du arbeitest oder ich weiß nicht was also diese tausend gibt es natürlich viele sachen aber es bietet einem dieses gefühl das ist jetzt keine normale ist einfach nicht so eine stinknormale beziehung sondern das ist was ganz besonderes wird natürlich auch wie all diese sachen eigentlich aber wir sind eben nur mal biologische wesen sehr unterfüttert durch die ganzen hormon und neurotransmitter dopamin vor allen dingen denke ich was da ausgeschüttet wird dass ja auch die anderen verliebtheits toxine die schon fast gesagt verliebtheits hormone ist ja auch was schönes verliebt sein aber ja dann dieses fördert diese gedanken von was besonderes an retter fantasien habe ich auch viel mit der kindheit zu tun so dass man schon mami retten wollte und so dann dritter punkt wird vielleicht auch nicht überraschen kurzfristige befreiung von einem bindungs mustern also das ist wenn du in so einer ruhigen stabilen beziehung ist merkst du einfach viel mehr wo es bei dir hakt so und man merkt einfach du merkst einfach auch ich habe eigentlich ein bisschen bindungsangst thema oder ich habe müssen ein kleines verlustangst thema oder was auch immer oder beides aber es ist sozusagen es bietet einen ruhigen spiegel diese beziehung für deine thema das nervt manchmal auch weil es ist also christus halt immer wieder präsentiert und in toxischen beziehungen sind ja meistens die haben meistens dieses on off mäßige so und ja also und wenn der andere sich ständig entzieht musst du deine bindungsangst nicht spüren und wenn der andere dich schlafformt musst du deine verlustangst nicht spüren so und dadurch dass das so ständig hin und her geht also letztlich zahlt natürlich total bei drauf ist jetzt wie gesagt überhaupt keine kein werbevideo für toxische beziehungen hier sind immer noch toxisch weil aber gut das haben wir ja nix videos thematisiert man natürlich nach und nach dran zerbricht aber so kurzfristig wird man von befreit genauso wie eine droge ist ja wie eine droge einen befreit von seinen inneren schmerzen irgendwie bist du für kurze momente wirst du deine bindungsangst los wirst deine verlustangst los am anfang der beziehung auch häufig beides gleichzeitig weil der andere eigentlich dir nicht wirklich nahe kommt das heißt du hast keine bildungsangst du hast gleichzeitig gelaufen dass keine verlustangst das stimuliert sehr diese krasse verliebtheit am anfang aber irgendwann hast du es halt nur noch momentweise kurze momente wirst du befreit von den themen vielleicht nur ein prozent der zeit und dann 99 leidest aber umso mehr aber du jagst immer wieder diesen diesen kurzfristigen kicks hinterher so ne dann vierter punkt ist jetzt vielleicht auch hart zu hören aber es ist einfach auch eine wahrheit lebendigkeit und drama so also wenn du weiß ich nicht ein sehr langweiliges leben hast oder du bist einfach zu tode gelangweilt von deinem partner da kommt plötzlich das dreieck meldet sich irgendjemand kommt in dein leben und verdreht dir den kopf oder oder du verdreht den kopf oder wir beide verdreht euch den kopf und ja plötzlich heimliche sms heimlich heimlich wird geschrieben und ja das bringt lebendigkeit das ist einfach ein fakt also auch affären sind häufig so ein schrei nach lebendigkeit ich meine trotzdem ist es nicht okay und und wir lieben eben auch dieses denke schon die menschen im urteil werden getuschelt und gehetzt haben über andere wir lieben einfach dieses drama irgendwie und das hat ja auch viel mit abwechslung zu tun und das sagen ja auch leute das höre ich auch mal wieder gerade aus den usa hört man das immer wieder sind immer mehr leute die so im krieg sind dass sie immer wieder sagen ja ich bin traumatisiert vom krieg aber ich habe mich nie so lebendig gefühlt wie auf dem schlachtfeld das sagen ganz viele das ist einfach trotzdem ist dass nichts gutes wie gesagt aber das sind alles gründe warum man da überhaupt sich verwickeln lässt und ja zu lange vielleicht auch drin bleibt ne fünfter grund da würde es vielleicht nicht so überraschen ja es bietet dir also ich wollte es mal ein bisschen anders sagen also es hängt mit dem drogencharakter von toxischen beziehungen zusammen ich wollte es gerne mal ein bisschen anders formulieren dadurch dass du nicht bekommst was du dir wünschst ist jetzt wirklich wichtig dadurch dass du nicht bekommst was du dir wünschst nämlich eine feste sichere beziehung und was weiß ich ja so dieser beziehung also diesen was du meinst was du dir wünschst ständig hinterher muss ich auch nie damit auseinandersetzen wenn du es endlich christ dass du dann feststellst vielleicht okay das macht mich jetzt auch nicht glücklich dachte man es macht mich glücklich aber es macht mich gar nicht glücklich vielleicht oder nicht so sehr wie ich dachte dann kommen wir ja schon wieder im bereich von spiritualität und so ja das wahre glück immer nur im innen zu finden ist aber will mir alles nicht hören man sucht es im außen und ja und du musst ja nie damit auseinandersetzen wie das denn ist wenn du es dann bekommst und noch viel wichtiger wir wissen ja dopamin ist dieses dieser neurotransmitter des überwindens dieses letzten schrittes also das heißt du denkst du hast es so vor dir und dann bringt halt dopamin bringt halt diese motivation ja ich hol's mir jetzt ich hol's mir jetzt ich will es ja haben ich hol's mir jetzt was auch bei allen drogen ausgeschüttet wird ja ich brauche jetzt den kick und bar und so und das ist ja es ist eine selbst also das ist sozusagen selbst verabreichung von drogen ohne dass du drogen nehmen muss also du bist quasi high auf deine eigenen neurotransmittern auf dieses eingebaute liebesding was wir haben das biologisch wahrscheinlich notwendig war damit die menschheit sich entwickeln kann und ja es bietet alle vornachteile vor allem natürlich auch die nachteile aber auch die vorteile einer gewissen drogen erfahrung so im übertragenen sinne aber so sehr übertragen ist es eigentlich gar nicht ja denk mal drüber nach was denkst du dazu schreib ja mal rein das heißt natürlich alles nicht dass man das führen sollte weil es ist eigentlich auf dem schlachtfeld kommt man um drogen bringen einen nikos und kurzfristige befreiung von einem hindungs muss dann ist keine langfristige befreiung und fantasien bleiben fantasien und abwechslung kannst du ja auch woanders holen aber das ist eigentlich doch das ist der grund das sind schon harte fakten mit dem muss man sich auseinandersetzen auch wenn du eine freundin hast oder so die in diesen beziehungen hängen das ist ein von diesen fünf oder fast oder alle fünf häufig wenn eine rolle spielen dass die leute einfach beratungsresistent sind sie wollen da nicht raus aus diesen gründen aber letzten endes musst du es auch selber wissen ich habe gesagt ich habe das ja auch immer wieder in beratungssituationen gehabt dass die leute einfach sagen ich will nicht raus aber ich will diesen schmerz nicht haben dann muss ich sagen ja aber sorry wenn du so drauf stehst auf diese sachen da musst du dadurch dann ist es das ist eben der preis dass es dann dort wehtut und das ist dass man verzweifelt ist und ich weiß nicht was wenn diese anderen sachen so wichtig sind das sind ja auch nicht alle verzweifelt manche finden nur einfach kommen einfach nie eine feste beziehung weil sie ja also dauer singles jedes date geschichte dauert was weiß ich ein zwei drei vier fünf wochen habe ich meine abwechslung was besonderes sein ja vielleicht denke ich bin so der chat irgendwie spürt vielleicht lebendigkeit durch diese abwechslung und das hat auch ja ständig neue sexuelle erfahrung vielleicht auch eine gewisse drogen erfahrung also das muss jetzt nicht immer sein dass man automatisch das heißt du landest in toxischen beziehungen aber diese gründe ja ist letztlich so ist letztlich so eine kurzfristige befriedigung und bekommst dann mal vielleicht die langfristige nicht so und das muss jeder für sich selber entscheiden letztlich ja das geht ja eigentlich nur darum bewusste entscheidungen zu treffen wie man sein leben verbringen möchte ne das ist wenn man sagen möchte ja ich möchte mir gerne alle beziehungs drogen der welt reinballern von morgens bis abends bis ich tot umfalle irgendwann da muss man dann aber wenn es das bewusste entscheidung ist das ja auch gut so ne in diesem sinne macht die folgenden kurse wenn ihr vielleicht doch raus wollt und wie sonst wollen wir haben